Hallo Minecraft-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, die Live-in-the-Woods-Version. Und ja, ich habe ja letzte Folge, ja wahrscheinlich ist das letzte Folge, weil ich habe gestern noch ein bisschen aufgenommen und dachte mir, weißt du was, du machst jetzt erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen und morgen machst du einfach weiter. So, ich habe mir gedacht, ich mache mir hier oben mein neues Domizilchen, eben die ganzen Setzlinge hier einsammeln, dann habe ich keinen Bock, dass sich da wieder ein neuer Baum hinpflanzt. So, und zwar, habe ich das jetzt so vor, so, so, plupp, äh, da dran, ja, okay. Ich werde mir jetzt erstmal einen Weg, einen vernünftigen Weg hier runter bauen, mit einem schönen Fundament. Ähm, äh, ah, hm, ich bräuchte eigentlich einen schönen Weg runter, ne? Au. So, und ach ja, äh, heute ausnahmsweise mal ohne Facecam, weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so Lust drauf, Facecam zu machen, aber das soll ja nicht das Problem sein. Ihr könnt ja auch meiner wunderschönen Stimme lauschen, ich habe nämlich, ich habe mich nämlich nicht so hübsch gemacht. Denke mir, hm, so, und Zweig, den Hammer kann ich da lassen, Eichenholz lasse ich auch mal da, und die Kohle, die kann eben weg. So. Ach, scheiße, das schmeißt er, glaube ich, hier irgendwo hin, ne? Äh, wo haut er die Kohle? Da. Natürlich da. Gut, warum nicht? Mach. Ich muss das irgendwann später, werde ich das mal alles durchsortieren. Ähm, wie viele habe ich von denen? Zehn Stück. Treppen des Zimmermanns, alles klar. Äh, nein. Oder kann Brot machen. Die. Block des Zimmermanns. Ein Kasten und vier Stickies. Okay. Äh, habe ich noch Blöcke? Nein. Obwohl, das geht ja eigentlich mit jedem Holz, ne? So. Nein. Das muss schon frisches Holz scheiße sein. Ach, Mann. Klopp. Gut, dann, äh, holen wir uns mal so ein automatisiertes Ding. Hui, geschwind wie der Wind. Äh, da sind Heudinger drin. Und da, den haue ich jetzt mal kaputt. Klopp, klopp. Und setze mir den. Ja, wohin? Ich setze ihn mal hier eben hin. Dann habe ich, äh, beste Chancen, den wiederzufinden. So, den da hin. Dann die Stickies einmal drumherum. Gut. Und Bams. Arbeite! Gerät. So. Habe ich mal alle Stickies drin. Ähm. Ganz kurz eben. Danach. Ah, cool. Das geht ja viel schneller so. Äh, ouch. Eigentlich bräuchte ich dafür jetzt auch nochmal einen Trichter. Ach, Mann. Habe ich noch einen Trichter? So, ganz zufällig. Ganz zufällig. So, ich werde heute auch, äh, nicht lange aufnehmen. Ich denke mal eine, äh, ich denke mal eine, äh, eine oder zwei Folgen, die müssten wohl reichen. Gut. Äh, äh. Nein. Shift. Mist. Jetzt haben wir eben ein Problem. Äh, und noch ein Problem. Moment. Lass mich eben denken. Lass mich denken. So. Äh. Den da hin. Den hau ich. Verdammt. Ich bräuchte den Trichter, bitte. Ja, dankeschön. Äh, kann ich den vielleicht da draufsetzen? Ja, geil. Jetzt bräuchte ich, äh. Ähm. Wurde ich sagen. Entschuldigt, bitte. Nein. Ja. Oh, klasse. Gut. Das läuft. Das ist jetzt so ein automatischer Werkbank. Na. Ach, Mist. Da muss ich selber klicken. Alles klar. Gut. Der da rein. Der da rein. Gut. Der läuft jetzt nochmal automatisch durch. Und der. Äh. Wir gehen nochmal. So. Oh, geil. Ha. Mann bin ich gut. Jetzt müsste ich eigentlich unten nochmal so eine Kiste hinstellen. Und dann läuft das einfach so da durch und dann ab in die Kiste. Hm. Habe ich noch einen Trichter? Ganz. Gut. Leider nicht. Alles klar. Kommt hier erstmal die Kohle hin. Und das Eisenerz darf durchrauschen. Hier habe ich keinen Eisenerz. Hier habe ich... Jetzt muss ich mir natürlich einen guten Aufweg bauen. Nein. Guter Aufweg. Ähm. Ich weiß nicht. Mache ich zwei oder drei in die Breite? Ich glaube so ein Dreierweg in die Breite kommt schon richtig gut. Und wehe, ihr blöden Viecher springt mir da jetzt wieder drauf, doch. Dann mache ich nämlich die Fenster wieder dicht. Aber ich glaube, die passen da jetzt nicht mehr zwischen. Hoffe ich mal. Und ansonsten gibt es Äger. Die beleutschen. Mööö. Genau. Fridolin Pferd. Was machst du da bitte? Die kommt da rein, die kommt da rein. Und die auch. Ach so. Zirp, zirp, zirp. Jut. Wie viele haben wir? Ach du Scheiße. Cool. Boah, das ist so obergeil. Äh, habe ich noch... Moment. Flup. Flup. Äh, und dann packe ich die beiden noch in den Reihen. Die kann er dann auch noch in den Durchrödeln. Und dann haben wir... Sollten wir eigentlich genug haben. holen wir uns die Schaufel raus. Und dann machen wir uns hier einen schönen Aufweg. Und zwar immer so einen Sprung hoch. Nein. Aber ich merke schon, das könnte... Könnte knapp werden. Hm. Problem. Da bräuchte ich einen etwas sei... seichteren Abstieg. Da müsste der ein bisschen länger gezogen. Oh Mann. Okay, lasst mich denken. Liebe Freunde. Lass mich denken. Hm. Ja, dann muss ich den... wohl oder übel ein bisschen länger ziehen. Hoppala. Nein, nein. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Hm? Ich glaube, die Katzen kloppen sich wieder. Wenn das so weitergeht, werde ich dazwischen gehen. Also nicht erschrecken, wenn ich nachher mal ein bisschen... kurz mal ein bisschen aufbrulle. Muss ich eben... mit harter Hand regieren. Nein, nein. Boah. Nein, das heißt nicht, dass ich die Katzen verprüble. Das werde ich nicht tun. Ähm. Ich könnte natürlich auch... Das könnte auch gehen. Vielleicht hier rein. Nein. Das könnte natürlich auch gehen. Dass das so in den Berg reingeht. Dass ich mir da so ein... So eine Treppe in den Berg reinmache. Das könnte natürlich auch gut aussehen. BZB hoffe ich, dass das gut aussieht. Wie ist denn eure Meinung dazu? Was sagt... Würdet ihr denn machen? Was würdet ihr sagen? Rosengranit. Oh Gott, das kann jetzt lange dauern, bis ich... Nein! Bleibst du hier. Bis ich den Rosengranit durch habe. So. Damit wir jetzt schon mal der Kater. Kaputt. Oh Gott. Rosengranit. Das dauert ewig. Määä. Lass er am Motzen und am Meckern. Äh. Ich habe... Oh. Mich durchfasst die Vermutung, dass ich da... Äh. Ich glaube, ich müsste... Äh. Achso. Was macht denn der Kater da? Entschuldigung. Ich müsste mich kurz im Umdrehen. Gucken, was der Kater da macht. Mich deucht. Ich müsste vielleicht den Aufgang nochmal ein bisschen anders machen. Ich gehe erstmal ab in eine Pofe. Run, run, run. Dazwischen schnabuliere ich mir ein paar Toastis rein. So. Äh. Invert Tweaks. Konfiguration geladen. Okay. Gut. Äh. Ganz kurze Unterbrechung eben. Moment. Kurz pausieren. Bis gleich. So. Ach, der Kater. Okay, da bin ich wieder Kurz so einen Brechschuh gehabt So, wir haben 64 Dinger Plus nochmal 50 Also die Treppen, die reichen aus Würde ich sagen Und jetzt Oder Weißt du was, wir machen das wieder dicht Ich weiß, ich entscheide mich Sehr spontan und sehr schnell wieder um Weil mir ist gerade Was anderes eingefallen Wir könnten ja Theoretisch Könnten wir hier an der Seite